Was mir von Anfang an immer sehr gut gefallen hat, ist die Art und Weise, wie wir arbeiten. Herzlich willkommen bei Keller Lufttechnik. Mein Name ist Ann-Kathrin Keller, bin 33 Jahre alt und seit ein bisschen mehr wie sechs Jahren bei unserem Unternehmen tätig. Wir bei Keller Lufttechnik sind ein Familienunternehmen mit den Menschen im Blick, global präsent und lokal verwurzelt. Wir wurden 1903 in Stuttgart-Uhlbach von meinem URU-Großvater gegründet und sind dann vor 75 Jahren hier an den Standort Kirchheim-Jesingen gezogen. Wir haben weltweit 400 Mitarbeiter, davon sind 350 hier am Standort in Kirchheim-Jesingen beschäftigt. Die anderen verteilen sich auf unsere Standorte in Charlotte in den USA, St. Gallen in der Schweiz und Shanghai in China. Hallo, mein Name ist Marcel Aufrecht, ich bin 35 Jahre alt und Servicetaniker bei der Firma Keller Lufttechnik. Ich bin jetzt seit sechs Jahren hier im Unternehmen und was mir von Anfang an immer sehr gut gefallen hat, ist die Art und Weise, wie wir arbeiten. Ich bin die Regine, ich bin vor anderthalb Jahren aus der Elternzeit zurückgekommen. Bei uns fühlt man sich einfach wohl, es hat überall eine familiäre Atmosphäre, jeder kennt sich, man kann auch im Homeoffice arbeiten und dadurch ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wirklich toll. Wir Kollegen unterstützen uns immer gegenseitig und wir sind ein super Team. Mein Name ist Sascha Lecker, ich arbeite seit 2013 im Unternehmen und habe mich vom Monteur zum U-Monteur und im Baustür leider hochgearbeitet. Mein Name ist Helen, ich bin jetzt seit vier Jahren bei Keller Lufttechnik. Dreieinhalb Jahre davon habe ich meine Ausbildung zur Mechatronikerin gemacht und danach habe ich mich entschieden auf Außenmontage zu gehen. Hi, ich bin der Nico, seit 2015 bei Keller Lufttechnik tätig. Mir gefällt es, dass ich meine Wünsche äußern kann und die Möglichkeit habe, mich in meinen Interessen und meinen Stärken weiterzuentwickeln. Mein Name ist Melanie, ich bin seit fast 15 Jahren mittlerweile bei der Firma Keller und bin für das Thema Lean Management zuständig. Ein Familienunternehmen durch und durch, das zeigt sich auch wirklich in der Flexibilität und in dem großen Vertrauen, das uns allen entgegengebracht wird. Wir sind ein Familienunternehmen, wo wir sehr gerne am Team arbeiten, aber zum Teil auch selbstständig unterwegs sind. Unsere Teamleiter haben immer ein offenes Ohr für uns und obwohl wir eine große Firma sind, herrschen sehr familiäre Verhältnisse. Das Besondere an Keller Lufttechnik sind unsere Mitarbeiter. Wir haben Experten auf jeder Stelle, unsere Mitarbeiter sind hoch motiviert und arbeiten mit Leidenschaft, Lösungen für unsere Kunden aus. Viele Kunden rufen uns an mit Problemen, bei denen andere gescheitert sind. Da, wo andere aufhören, fangen wir gerade erst an. Auf dem Keller! Wir freuen uns auf dich! Werd ein Teil von Keller und bewirb dich jetzt bei uns! Werd ein Teil von Keller und bewirb dich jetzt bei uns!